Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Lost in Random. Und zwar haben wir ja letztes Mal genau an dieser Stelle aufgehört. Wir wollten ja, ich habe euch ja gesagt, im nächsten Video geht es weiter und wir sehen dann, was da oben passiert. In diesem gelben Licht mit dem Rufzeichen. Und genau da machen wir jetzt weiter. Und ich würde sagen, lehnt euch zurück, habt viel Spaß beim Zuschauen und ja, wollen wir sehen, wie es da oben weitergeht. So, gehen wir mal hier hoch. Komm mit, kleiner Freund. Dann schauen wir einfach mal. Oh, Dicey, you're pretty great too. Thanks, buddy. So, sind wir hier gelandet? Dann schauen wir mal. Direkt in einen Kampf. Na, dann schauen wir mal, wenn es hier so erwartet. Die Altbekannten. Die Altbekannten. Ah, jetzt hat er nicht erwischt die Dumasau. Dann schauen wir mal. Jetzt werde ich aber noch irgendwie die Karten ändern. Das ist nämlich ein bisschen scheiße so. Hier muss ich gleich wenigstens, dass ich wenigstens wieder ein Schwert bekomme. Weil, äh, sonst bin ich hier ein bisschen aufgeschmissen, ehrlich gesagt. Das ist Nummer zwei. Weil, das alles gut verursacht... Das ist nicht. Whoa, das ist nichtagua Heißt, du schon mal. So, schauen wir mal an. Schießt euch doch einfach gegenseitig bei den Haufen. So, schauen wir mal an. So, schauen wir mal an. So, schauen wir mal an. Okay. Eine Güte. Eine Güte. So. 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 Der jetzt hinter sich. Der auch. Sehr schön. Wollen wir nur noch EIN. muy gerne. EIN Weekend. Essen. 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 Geh da, Dicey! Geh da, Dicey! Komm, geh da! Geh da, Dicey! Boah, du Drecksack! Entschuldigung, misst du? Hä? Die Missviecher. Die Missviecher. Die Missviecher. gibt das denn gar kein ende so mein gott wo kommt ihr alle her noch mehr gewinnig ach da machen wir kurze prozesse jetzt gibt es doch gar nichts dass wir so viele aufzauern im Neste oder was so so Hey! Wie seid ihr? Ah, natürlich. Ach Gott, dann. Oh man, in my head. Oh, du bist fähig. Get him, dicey! Oh, du bist fähig. 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 So, du bist fähig. So. Well, what's done is done. Now hurry. I'll be right with you. Na, vielen Dank. So, jetzt werden wir aber erstmal einiges machen hier. Und zwar... Und zwar... Wie bekomme ich jetzt, als ich das Schwert wieder aktiviere. Ich muss mal kurz... 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 Uuuuuh... Dann... Und�f Ich... Ich muss mal... Ich muss mal hier sein. See... Ich muss mal hier ... Ich muss mal hier... So, was habe ich denn jetzt drin, Schnellziehung, Schallbub hat das, möchte gern das Schwert drin haben, Mann, Karte bewegen, ja will ich ja. Ah. Wo ist denn jetzt das Schwert geblieben? Den nehmen wir mit, die Bomben nehmen wir mit, natürlich nehmen wir den auch mit, den auch mit. Die Bomben nehmen wir mit, die Bomben nehmen wir mit, die Bomben nehmen wir mit. Die Bomben nehmen wir mit, die Bomben nehmen wir mit. Schauen wir mal, wo muss ich denn jetzt überhaupt lang? Da ist der Geist wieder, ah das ist gut. So. So. Was ist das denn? Oh, ich fürchte jetzt geht's los. Endlich wieder eine Waffe. Das wird episch. So, jetzt Geschichte. Schauen wir mal, was wir hier noch so haben. Oh. Boah, du. Mein Gott. Oh, das ist missfähig. Boah, ihr witz seid ihr fällig. Besonders zu Drecksack. Oh, Mann. Oh, das war's. Oh, bee. Oh, wir wollen hier zu sagen. Ja, endlich habe ich die richtigen Waffen. Sehr, sehr schön, das war das. Ach, jetzt kommt sie auch mal wieder zum Frosch ein, sehr schön. Oh ja, erstmal Energie, das ist wichtig. Einmal noch, wenn es zu oft geschieht. Scheiße. 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 Ich brauche Energie. Oh, Energie, 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 Energie. Nee. Und wieder der Drecksviech. Und mit dem mache ich ganz schnell kurz den Prozess mit euch beiden. Oh. 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 Boah, das war knapp. Leck mich doch an den Arsch. So, das haben wir. Wunderbar. Boah, das war krass. So, mal schauen, was jetzt passiert. So, was jetzt passiert? Du kannst es nur in deinen Träumen benutzen, Kindheit. Ich muss zu fallen? Mein Träumen? Natürlich! All ich muss machen, ist schlafen! Okay, Eben, du kannst das machen. Es ist wie Uma dir erzählt. Flags. Deep breaths. Flags. Deep breaths. Flags. Oh nein. Oh nein. Na, wir beide wären hier, um zu schlafen. What matter of which area ist das? Das ist mein Traum, du Puppet. Und ich bin nicht Angst, von dir. So take your baggage. Get out! So sieht's nämlich aus. Ein wunderschönes Game. Ein wunderschönes Game, muss man einfach sagen. So, neue Errungenschaft hinunter in den Kaninchenbau. So. Sehr sehr schön. So. Sextopia. Ende gut, alles gut. Betritt Sextopia. Ja, das werden wir tun. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Okay. Okay. Ich denke nicht, dass sie uns spotten. Das sieht nicht richtig aus. Aber es muss das sein. Das große Garten zu Sextopia. Und dann los. Was? Was? Was ist hier? Ich verstehe nicht. Ist das wirklich das? Vielleicht ist das eine falsche Sextopia. Was bedeutet, die Invaders zu verändern oder was? Schauen wir mal, was uns hier so erwartet. Ja, so sieht es wohl aus, ne? Also ein großartiger Ort ist das nicht. Das ist eine falsche Sextopia. Was ist passiert? Naja, das macht nichts. Oh! Stu! What mischief hast du dich in dieses Mal? Ha ha! It's classic Stu! Ha ha! Now, now Annabelle. We use our polite words around others. Good morning, lovelies. Good morning, Charles. Why don't you look handsome today? Ha ha ha! Oh heck, I'm just the same old man I always was. But bless your heart for lying, lovelies. Ha ha! Oh, you're here too, Albert. Hey Ugly, I'm a big stupid cardboard person and I'm Charles' least favorite because I'm a mean stupid idiot who falls apart all the time. Yes, yes, Albert. Yes, yes, Albert. We're all familiar with your whole deal. Excuse me, uh, Charles? Ha ha ha! We... Yeah. Though, of course, not much actually does go on here. Easy. Cutouts? Why, don't. Besides, would a cardboard cutout start talking to me five years into my job? Huh. Of course, you can. You are. Oh. 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 I know. Oh. No, we're. Oh. Alone? Ha! I'm surrounded by friends here. Well, I. You. She sure doesn't. Should we be sus? No, no. It's when my. Ha! No. Okay. She sure doesn't. Oh, my God. Jetzt erzählt der mir seine ganze Lebensgeschichte oder was? Oh, so I thought. And Ned. Ha ha! She knows her. I passed. She got. Look, Ned is cheddared. Then we never. Then, no. That's true. We're. There. Then she. Ah. It's. Heh heh. No, she is. She's just. Te. Now, lovely. I learned long ago it's been. Yeah, we're. Oh, yeah! She look. Strangely happy, yes. As are we all. Ha ha! They did. Well, I. Reminder. I'm still. They're done. Go. Sorry. apolis. I got to go through them all. Ah, it's horrible. They're waving their shell if the glass is like wonderly. I don't know. They don't want your sweetheart. This must be it. The tower. What is inside there, Dicey? I'm tired of falling. Oh, I can just feel it. She has to be. We've come so far, haven't we? But I still don't know for sure what you want me to do. Card! Manny's got what you... Cards on the table. This is a bit outside my normal... Oh, man! You never... Wo's der Geist? Den Geist verloren. Oh, der fehlt wohl da. Muss ich wohl doch da runter. Und kämpfen. Hmm. Ach du heilige Scheiße. Okay, let's go. Schluss hier. So, da sind wir runter gesprungen. Da müssen wir wahrscheinlich hier lang. Da mal lang. Hä? Okay. Hä? Irgendwie habe ich mich verlaufen. Oh. 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 Dicey! Hmm. Hier ist ein Muskel. Das war's. 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 Schluss hier. Das war's. 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 Oh, no. Das war's. 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 Das war's.